Na gut, dann wollen wir mal weiter. Die Brücke sieht jetzt nicht unbedingt golden aus. Die Brücke ist öffnet. Ohm, shit. Was kommt da jetzt aus? Ach, du Scheiße. I can't watch that. I'm sorry. I can't watch that. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Get up. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Get up. Wir schaffen das. Get up and fight. Oh, shit. Stormy sees and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through our eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. Was war das gerade? Did you really think you could win? Our stupid gangbangs. You speak with yourself? Everyone hates us. She's cursed. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself. Because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken. And lost. Just like your sword. Come on. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Was ist da gerade passiert? Though we do not dare pose the question, sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's true. Don't give up. Dillian. 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 It's not like this. It's not real. It's real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Sharon? No. It's not. It's a trick. It's a trick. He's already dead. You are. He can't be here. It's impossible. Dillian. Someone. Come to me. Please. We're at the beginning. The light. Go towards the light. It's him. He is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. It's in your mind. It's real. It's happening. Go towards it. So viele Stimmen in meinem Kopf. Und wir sind schwer verwundet. Und das Licht entfernt sich. Und wo sind wir? Unter der Brücke war vorher... ...Wasser. Da. There it is. You're imagining this. Dillian. It's Dylan. He's gone. You're slow. How could you keep going? How could you keep going? Keep going. Ignore the pain. I told you it wasn't. I told you. We told you. Where are you going? You're not going to die. Why? There's nothing to do. Come on. Is that really Dylan? Or is that just a different place? We? 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 Not in a good place. Just a teenager but, not like the others. Barely functioning. She rarely left the house. Her father Zinbell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own. Collecting firewood and herbs. Erens Out in the Orkney Blades That was her world Like this one Barren And lonely Buddha und Einsam Wo ist der hin? Wo ist das Licht hin? Und was ist das da hinten? Okay, ich hab das Licht gesehen Er kämpft Aber mit wem und Warum? Wofür? Wer bist du? Nichts lives hier, nicht sogar du Es ist in deinem Kopf Du denkst, du kannst es sehen Aber es ist in deinem Kopf Da war er Er war The love figure of a boy Saw it lay under the shade of a tree She remembers the first time she saw him To her young eyes He moved as if dancing And the world danced with him Where is he? The gloom lifted I'm still here For the first time in years She felt The love figure of a tree You have to keep it I ray of her Steh auf Er war ein Hoffnungsschimmer für sie Wo müssen wir hin? Da hoch? Is sie unten noch etwas? Gab es ihn vielleicht nie So viele Fragen Wir gehen erst nach oben Nein, wir gehen erst die dritte Stufe Leit Nacht Leit du vor Leit du vor Leit du vor Okay, er gibt genau das Silber Geschichte Die Norden erzählen von einem großen Heroin. Sein Name ist Sigmund. Sein Vater war um einen großen Baum, und ein Tag, Odin kommt und schlägt ein Schwäld in den Baum, ein Geschenk für jemanden kann es. Viele versuchen, aber die Schwälder nur aus Sigmund'emmerkennen. Sein Bruder-in-Law, King Siggeir, will es. Aber Sigmund rettet ihn. Deshalb schlägt Herr Siggeir Revenge. Er erinnert Sigmund und seine Brüder zu einem Feast. Aber wenn sie kommen, sind sie mit einem Armee, nicht ein heißer Willkommen. Herr Siggeir schlägt Sigmund und seine Brüder, schlägt seine schwarze Schwälder und sie bereitiert für die Exekutung. Die Frau? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine Tür? Die Tür tut uns nicht gut. Doch wo müssen wir hin? Was ist das für ein Baum da hinten? Müssen wir vielleicht erst nach da hinten? Müssen wir nicht durch die Tür? Können wir vielleicht gar nicht durch die Tür? Okay. Wir gehen den Weg weiter. Wir versuchen das Licht wieder zu finden. Dylan. Was passiert hier gerade? Wir wurden von der Brücke geschleudert? Wir haben gegen die Finsternis verloren? Dylan. Dylan wollte uns zurückholen. Und wir sind unser eigener Dämon. Was passiert hier genau? Okay, wir können hier lang. Aber hier laufen wir nur wieder zurück. Wir haben kein Schwert mehr. Haben wir vielleicht ein neues Schwert? In die Zeit? Mal. Oh. Oh. Einfach ein bisschen aus. Ich war auch immer ein anderes Herz. Da hinten ist das Licht. Und hier noch etwas Geschichte. Die Wölfe kommt und schützt einen von Sigmund's Broters. Sie zurück, ravenös, Nacht nach Nacht, bis nur Sigmund bleibt. Die nächste Nacht, Sigmund's sister schützt eine Serpente mit Honey, um auf Sigmund's face zu schützt. Aber zu was Ende? Na Nacht, wenn der Sigmund wiedersehen wird, dann wirst du nie erwartet, was passiert. Nein, es ist ein Schuss. Es ist eine Illusion. Es ist nicht real. Das Licht wird immer gehalten. Was? Wo sind wir? Wie schön es hier ist. Haben die beiden sich hier kennengelernt? Die ganzen Blumen und... alles so hell und schön und... wie schön es hier ist. Was ist hier los? Oh, wie freut sich. Senua. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich bin nicht. Ich gehe nicht nach Hause. Oh. Senua's daughter. Ich muss gehen. oh, kannst du sehen? Wer hat dich getaubt wie das? No-one. Oh, no-one? Well... I watched you, and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your swords. You can't put it into words. That moment. When you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you. Make you feel safe. It undertakes the instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Kill him! Kill him! Kill him! You killed him! But her world changed the day the Northman took him from her. I miss. So no one knows that there's no bone back to how things work. Tell me. That there's nothing to go back to at all. Stay still. Stay quiet. Hide. They're gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him. They will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Schweig. Besiege deine eigenen Dämonen. Seenua. Dillion? Is that you? I'll find you, man. I'll find you, man. Come on. Versprochen. I'll find you, man. Untertitelung des ZDF, 2020